Das BMW Motorrad Vision Next 100 zeigt, wie sich die BMW Group ein Motorrad in der digitalen und vernetzten Welt von morgen vorstellt. Obwohl das Design natürlich sehr futuristisch aussieht, erkennt man auf den ersten Blick, dass es eine BMW ist. Wir haben die typischen Ikonen eines BMW-Motors extrapoliert und einfach weitergeschrieben. Zum einen die typische dreieckige Form, die man auch von der alten R32 kennt oder von anderen Fahrzeugen. Dann haben wir noch natürlich diese Skulptur eines Boxermotors, der hier natürlich sehr mechanoid dasteht. Das ist auch ganz bewusst gewollt, diese Mechanik als Luxus der Zukunft. Das visionäre Motorrad ermöglicht ein authentisches Fahrerlebnis, das gleichzeitig so sicher ist wie nie zuvor. Das Vision Next 100 Motorrad zeigt oder hat als Thema Great Escape. Also das ist eigentlich ein Abenteuer, was eigentlich für viele Kunden das Motorradfahren auch heute schon ist. Aber übertragen in der Zukunft wird dieses Abenteuer dann möglich sein, glauben wir, ohne Nachteile, das heißt ohne Unfälle. Möglich macht dies die perfekte Vernetzung zwischen Fahrer, Motorrad und Umwelt. Kritische Situationen werden entschärft, denn intelligente Fahrerassistenzsysteme greifen ein. Ein Self-Balancing-System trägt ebenso zur Sicherheit bei. Es regelt die Schräglage für Anfänger und erweitert die Fahrdynamik für Könner. Auch die Motorradbekleidung der Zukunft ist höchst funktional und zugleich ein Modestatement. Wir glauben, dass wir in Zukunft fürs Motorradfahren keine Helm mehr brauchen. Diese intelligente Vernetzung Mensch-Maschine-Umwelt erlaubt uns dies. Gleichzeitig brauchen wir natürlich ein bisschen Wind- und Wetterschutz. Der Visor ist eine modische Brille, der immer nur die jeweils relevante Information einspiegelt und nicht mehr. Deswegen finden wir auch am Fahrzeug keine Instrumentierung mehr. Mit dem BMW-Visions-Motorrad unterwegs zu sein, bedeutet Motorradfahren pur zu genießen. Wenn ich dann in 30 Jahren auf dieses Motorrad steigen werde, dann werde ich sicherlich das tun mit sehr leichter Begleitung. Das heißt, ich werde die Elemente spüren, ich werde den Wind spüren, ich werde wenige Zentimeter über dem Asphalt hinbrausen. Mit dem Bewusstsein, dass mir eigentlich nichts passieren kann. Es wird richtig Spaß machen. Das BMW-Motorrad Vision Next 100. Es verspricht in der Zukunft ein ganz neues Gefühl von Freiheit.